Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor der richtige Teil des Videos startet, möchte ich noch ein paar Worte verlieren. Die APL ist in die dritte Season gestartet. Wer nicht weiß, was die APL ist, kann auf dem Kanal gucken, da gibt es eine Playlist, müsste es geben, wo die APL Season 2 drauf ist und davon die meisten Kämpfe. Die APL ist eine Pokémon-Liga. APL bedeutet Alternative Pokémon-Liga und ist jetzt in der dritten Season, also das dritte Mal, dass sie startet. Diesmal ist sie organisiert von Mimi, Lay und mir. Es gibt insgesamt zehn Teilnehmer, welche jeweils ein Team gedraftet haben. Was ein Draft ist, für diejenigen, die es nicht wissen. Es gibt eine Reihenfolge. Der erste pickt ein Pokémon. Und dieses Pokémon kann bis zum Ende des Drafts nicht noch einmal gepickt werden. Damit wird verhindert, dass in jedem Team ein Demeteros vorhanden ist, weil es ein sehr starkes Pokémon ist. Wer dazu genaueres wissen möchte, die ganzen Teams in der Übersicht, gibt es einen Link in der Beschreibung. In diesem Video geht es dann darum, dass Mimi und ich uns eine kleine Tabelle, so ein paar Daten zusammengesammelt haben. Und wir haben eine Tabelle erstellt mit den Total Ingame Stats, also alle Werte von jedem Pokémon aus dem Team zusammengerechnet. Und wir haben dann ein Ranking erstellt von Platz 1 mit den meisten Total Ingame Stats zu den geringsten Total Ingame Stats von allen Pokémon zusammen. In diesem Video werden die Plätze von 10 bis 6 abgearbeitet und in einem anderen Video dann die Plätze von 5 bis 1. Dazu sei gesagt, die Plätze sagen nichts über die Stärke des Teams aus. Ein Team ist immer nur so stark wie die Spieler, die sie spielen. Das ist noch ganz wichtig. So, dann noch die Analyse, wie sie so aussehen wird. Die Analyse beinhaltet die Pokémon in einem Team halt, die Total Ingame Stats nochmal als Tabelle zur Übersicht, dann eine Schwächenabdeckung, also wie die Pokémon-Typen verteilt sind, ob das Team halt spezielle Schwächen hat oder starke Schwächen und am Ende noch eine persönliche Meinung. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Und da sind wir auch schon beim ersten Teilnehmer. Platz Nummer 10, belegt Joshua. Joshua hat gepickt ein Smetbo, ein Alulas Nobilikat, ein Alula Geowatz, ein Prostos, ein Vili, ein Hypotherus, ein Phenetixis, ein Tandrak, ein Voltriant und ein Flungkiefer. Insgesamt kann man sagen, ist es ein relativ solides Team mit einer insgesamten Total Ingame Stats von 486. Ist ganz in Ordnung. Seine größte Schwäche ist, glaube ich, die Initiative, dass er ein relativ langsames Team gepickt hat oder getwaftet hat. Seine Stärke liegt in der Defensive. Ansonsten sind die Punkte eigentlich relativ ausgeglichen. Seine stärksten Ones, würde ich sagen, sind Scaraborn und Voltriant. Voltriant, ein spezielles Biest und Scaraborn auf der physischen Seite gut aufgestellt. Mit der vierfachen Flugschwäche immer noch so eine Sache. Aber insgesamt eigentlich ein gutes Pokémon. Das Hypotherus verstehe ich nicht ganz. Es ist wahrscheinlich so, dass ihr den Sandsturm rausholen, damit Alula-Geowatz ein bisschen mehr glänzen kann. Was anderes kann ich mir da jetzt nicht unbedingt vorstellen, weil für zum Beispiel Pokémon wie Austoss ist es jetzt nicht ganz so vorteilhaft, den Sandsturm draußen zu haben, weil Austoss den Fokusgut braucht, um zu Setupen. Genauso wie Smetbo. Ansonsten würde ich sagen, Flunkiefer ein sehr, sehr starker Pick aus Tier 5. Smetbo aus Tier 5, ja, kann man machen, muss man nicht. Vielleicht war es eine Herzensangelegenheit. Austoss ein sehr, sehr starker Pick, wie gesagt, mit Setup, mit Hausbruch. Anula-So-Bili-Kart, steht mit der neuen Fähigkeit ziemlich defensiv, ist auch ganz in Ordnung. Bili auf der speziellen Seite, muss man es erstmal überwinden. Tandrak kann ein absolutes Biest sein, mit der Assault-Wrest auf der speziellen Seite oder mit den Specs auf der speziell-offensiven Seite. Skara-Born mit Skaff, Band, irgendwie so. Und Hypotherus dann wahrscheinlich als physisch-defensiver Tor. Hypotherus vielleicht auch noch als Tarnstein-Setupper. Ich weiß nicht, kann Hypotherus Turbo-Dreher? Ich glaube, Turbo-Dreher kann das nicht. Mir fehlt in seinem Team so ein Spinner. Austoss könnte Turbo-Dreher, das weiß ich noch aus Season 2. War eine super Idee, den als Spinner mitzunehmen. Aber ansonsten sehe ich da nichts. Smetbo vielleicht auflockern? Aber Smetbo will man nicht in Tarnsteine reinschicken. Also ich sehe da so kein Spinner, vielleicht noch Alula-Geowatz. Das kann sein. Sonst eine kleine Schwäche gegenüber Rox. Zu den Schwächen bei Joshua-Assist zu sagen, dass er an sich überall so Resistenz hat, bis auf die Typen Boden und Gestein. Boden hat da bloß eine Immunität und eine Resistance. Aber dafür vier Schwächen und eine Vierfachschwäche. Was ein bisschen problematisch ist. Und gegenüber Gestein, ja, minimal eine Schwäche. Aber Gestein ist halt ein sehr, sehr offensiv, starker Typ. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Fünf, sechs Immunitäten, sechs Immunitäten, die eigentlich jetzt nichts Besonderes sind, wenn man sich die anderen Teams anguckt. Ich würde sagen, im Teambuilding an sich ist es gut gelungen. Und wir gehen weiter zum nächsten Teilnehmer. Und da sind wir auch schon bei Platz Nummer 9. Und, oh Schreck, das bin ich. Ja Leute, ich habe es bloß auf Platz 9 geschafft. An sich ist es in Ordnung für mich. Ich kann damit leben. Ich habe gepickt, Hermikula, Zapplarang, Utsasa, Mammolida, Entei, Vulvarock Tark, Botogel, Grandiras, Apoera, Megasimsala, und Moorlord. Ich sehe diese Pickreihe, sie sind welche meiner absoluten Lieblingsmons. Man sieht einige bekannte Gesichter aus Season 2. Mammolida, Hutsasa, Vermikula, Zapplarang. Die habe ich alle gepickt, einfach aus dem Grund, ich bin in Season 2 gut mit den Gefahren. Zapplarang hatte die meisten Kills bei mir. Grandiras habe ich gepickt, weil ich ein Pokémon aus Tier 1 brauchte. Und ich hatte keinen Plan, was Grandiras ist, also dachte ich mir, nehme ich. Vulvarock Tark, einfach aus dem Grund, es ist eines meiner Lieblings Pokémon aus Gen 7. Moorlord, Moorlord ist einfach plus putzig. Megasimsala, ich brauchte noch eine starke, spezielle Angriffsseite. Im Gegenzug zu Zapplarang. Entei, ich hatte die Wahl zwischen Entei und Arcani. Entei ist halt offensiv stärker, man kann einfach so gut wie nichts in Entei rein switchen, vor allem, wenn im eigenen Team das Mammolida ist. Weil durch den Draft können halt in keinem anderen Team ein Mammolida sein. Capoeira am Ende noch, damit ich einen Spinner habe, ganz einfach. Ich hatte bis zum Ende keinen Spinner, das ist mir dann in der letzten Runde aufgefallen, dachte ich mir, so aus Tier 4 noch einen Spinner. Capoeira. Ein oder zwei ist jetzt bestimmt schon aufgefallen. Moment. Pokémon wurde vergessen. Das Botogel. Das reißt alles aus dem Rahmen. Warum ist da ein verdammtes Botogel dabei? Warum genau, wird man hoffentlich in den Kämpfen sehen, wenn ich es hinbekomme. Ich werde so rausrasten. Ich liebe Botogel. Botogel ist mein absolutes Lieblings Pokémon geworden. Ich habe ein spezielles Set entwickelt, für mich persönlich, ich habe es noch nirgendwo anders gesehen. Und ich liebe einfach diesen kleinen Weihnachtsmann-Vogel. Er ist so niedlich. Auch wenn er mich hasst und nie als Shiny kommen wollte, ich liebe diesen Vogel. Es ist eine absolute Herzensangelegenheit gewesen, dieses Feed zu picken. Allgemein kann man sagen, dass ich die meisten Pokémon gepickt habe, weil ich sie liebe. Zu den Total Ingame Stats ist zu sagen, dass sie an sich relativ ausgeglichen sind. Insgesamt habe ich eine Total Ingame Stats von 492,28. Also minimal höher als die von Joshua. Ich glaube 6 oder so sind das. Physisch bin ich gut aufgestellt, dafür speziell nicht ganz so. Muss ich mit klarkommen. Wird dann schwierig gegen einige Teams, die speziell stark aufgestellt sind. Aber das bekomme ich irgendwie schon hin. Immerhin ist es eine Spaßliga für mich. Ich organisiere die. Mir macht es tierisch Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Also ich sehe da jetzt nicht so den Ernst in der Sache. KP mit 84 komplett im Superbereich. 91 Angriff. Muss man erstmal was in die Defensive eininvestieren, was das auffällt. 82 Defensive auch. Top 78 Spezial Angriff. Ist in Ordnung. Ist noch knapp unter den 80. 74 Spezial Defensive. Ist grottig, aber muss ich mitleben. Und 80 Durchschnittsinitiative ist mehr als gut. Mein langsamstes Pokémon ist Utsasa. Na gut, noch Morlot dazu mit 35. Aber das sind defensive Mons. Die müssen nicht schnell sein. Meine eigene Meinung zum Team ist glaube ich klar. Ich liebe mein Team. Sonst hätte ich es ja nicht so gepickt. Ich wusste, es war ziemlich viel Random Pickerei. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich bin sehr stolz auf mein Team. Noch kurz zu den Schwächen. Es ist nämlich nicht so viel dazu zu sagen. Also ich habe mir das drei, vier Mal angeguckt. Ich habe minimal mal einen Punkt mehr Schwäche als Resistance. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, die größte Schwäche liegt bei mir bei Geist. Weil da habe ich eine Schwäche. Habe aber keine Möglichkeit, was reinzuswitchen, was nicht effektiv getroffen wird. Ansonsten Psycho, vielleicht zum Beispiel zwei Resistance und drei Schwächen, wovon ich aber dann auch mit dem Pokémon so, so kann ich die so benutzen, dass die Schwächen halt nicht ganz so stark sind. Ansonsten noch Flug minimal, aber das ist nicht so schlimm. Das ist bei fast jedem Team so. Und ja, ich würde sagen, wir gehen weiter zu Platz 8. Auf Platz 8 haben wir nämlich den Zerbatzt. Zerbatzt hat mitgenommen, ein Megaturtog, Tito, Blitzer, Ariyama, Ronzong, Demeteros, Kyurem Schwarz, Grabbit, Sengo, Keufwaff und Amphira. Das sind im Großen und Ganzen sehr, sehr gute Pokémon. Also als ich das Team mir zum ersten Mal mit Bildern so angeguckt habe, dachte ich mir so, alter Schwede, das wird schwer. Er hat sehr, sehr gute Pokémon in den offensiven Reihen gepickt, finde ich. Also Kyurem Black, absolutes Bies auf der physischen Seite, was sich auch auf die Total Ingame Stats auswirkt. Da hat er nämlich insgesamt 95,19, also quasi 96 Punkte in der physischen, im physischen Angriff. Das ist sehr viel. Das ist sogar noch mehr als bei mir. Ich habe schon viele physische Angreifer. Insgesamt kann man sagen, dass seine insgesamt Punktzahl ziemlich gut verteilt ist. überall so um die 80 bis auf die Attack und die Defensive. Die gleichen sich aber dann halt auch aus. Insgesamt hat er die 500 Marke bei den Total Ingame Stats geknackt. Er ist nämlich bei 503,54 Punkten gelandet. Ist ungefähr im gleichen Abstand wie Joshua zu mir steht. Aber wie am Anfang schon erwähnt, es sagt denke ich nichts über die Stärke von Teams aus. Stark finde ich vor allem das Landois. Das Megatortok kann sehr sehr hart reinhauen und viel einstecken. Pronzong eine absolute Wall, wenn man es richtig einsetzt. Mit den Fähigkeiten Schwebe und Flammschutz variabel. Amphira speziell und stark und sehr schnell. Und wie schon erwähnt, Kyurem ein absolutes Biest mit Scarf oder Band Specs so variabel zu spielen speziell oder physisch. So richtig rausstechend finde ich tut in seinem Team gar kein Pokémon. Maximal das Ditto wobei man aber sagen muss Ditto mit Scarf ist auch sowas von stark. Keufwaffe mit einer Fähigkeit die Defensive pusht oder irgendwie so war das. Ich habe mich mit Keufwaffe noch nie beschäftigt. Ist auch ganz gut habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal gesehen dass es auch ziemlich gut sein kann. Ariyama muss man gucken wie man es einsetzt mit Band weil so schnell ist es ja nicht oder vielleicht er ist insgesamt bei Ending Pokémon nicht so schnell dass man vielleicht schafft mit Bronzong einen Bizarro Raum aufzusetzen dann könnte er nämlich ein Bizarro Raum Team spielen so als Überraschung ich glaube das ist sogar ein ganz guter Plan mit Lando ist dann kein Investment in die Initiative irgendwie so Bizarro Raum vielleicht Fragezeichen aber bevor ich mich jetzt hierzu viel verlabere gehe ich rüber zu den Schwächen zu den Schwächen ist zu sagen dass er im Großen und Ganzen besser aufgestellt ist als Joshua und ich denn er hat bloß eine große Schwäche und das ist Kampf Kampf ist ja sowas von schlecht aufgestellt also ich weiß nicht was da schief gelaufen ist sage ich jetzt mal beim Teambuilding aber nur zwei Besistence einzubauen und fünf Schwächen auf elf Pokémon ist ziemlich hart also man kann sicher gehen dass er immer eine Schwäche dabei hat eigentlich was jetzt nicht schlecht ist aber bei so vielen Pokémon fünf hart ansonsten Boden gut zwei Immunitäten eine Schwäche eine Vierfach Schwäche ist in Ordnung kann man mit umgehen ansonsten sehr sehr gut defensiv aufgestellt viele Resistence mit Wasser sollte er vielleicht noch ein bisschen aufpassen dass da nicht irgendein Mon wie Austaus einfach mal durch geht aber sonst würde ich sagen wir gehen weiter zum nächsten Punkt wir gehen weiter zum nächsten Teilnehmer fast vergessen hätte ich zu sagen dass bei Zerberzt auch noch eine riesige Immunitäten Wand gegenüber den Typen Geist und Elektro besteht hier Geist Immunitäten und drei Elektro Immunitäten sind extrem gut vor allem gegen so eine Kors welche ihn jetzt nicht unbedingt betreffen da er selber Blitze hat aber so eine Volt Switch Kors aufzuhalten mit Elektro Immunitäten ist das wollte ich nur mal noch so anhängen weiter geht's mit Teilnehmer Nummer sieben Moritz Moritz hat gepickt ein Nachtara Zwirrklop ein Hierarchi Laudagei Bemolga Keldio Vivilon Vanavats Lorgis Arctilas und Kapufala was auffällt ist dass es ziemlich viele Monds sind aus den unteren Tiers was daran liegt dass er sich verrechnet hat bei den Punkten beim Dwarft ist ärgerlich aber dafür dass er sich verrechnet hat hat er immer noch eine insgesamt Total Ingame Sets Zahl von sage und schreibe 504 erreicht was bloß ein Punkt besser ist nicht mal einen halben Punkt glaube ich als Zerbarzt insgesamt kann man zu seinem Team sagen dass es bis jetzt das ausgeglichenste ist Überall so knapp an die 80 einige Sachen dann wie die Defensive Spezialangriff und die Spezialdefensive knapp an die 90 was auch gut ist wenn man sich da mehr auffällt in defensiven Stats kleine Pokémon im großen und ganzen nach Tara eine absolute Wall also wer nach Tara kennt in Ligen total tödlich Zwicklob muss man gucken kann sehr sehr ekelhaft werden Hierachie mit Edelmut und Eisenschädel 60% Flinch Chance daran muss man erstmal vorbeikommen Laudergeist ein kleiner Style Pick ist ein süßer kleiner Vogel vor dem man sich trotzdem in Acht nehmen muss weil der kann sehr schnell mal sweeten Kapu Fala mit dem Nebelfeld müsste das sein ist ein guter Kapu Pick einer der wenigen in der Liga was ich erstaunlich finde weil ich finde die Kapu sehr stark Keldio ein Standard Pick sage ich jetzt mal also in Gen 6 häufig vertreten mit Specs haut es ordentlich rein Emolga ein weiterer Style Pick hoch 10 ist ganz ganz ordentlich muss ich sagen kann man echt gut spielen auch wenn es von den Stats her auch nicht die besten Werte hat Abdelaz als Spinner denke ich mal angesehen hat gute Defensive Wert auf der physischen Seite dafür auf der speziell defensiven Grottige als letztes Mon Vivillon noch zu sagen das gleiche wie bei Joshua mit dem Smetbo ich weiß nicht klar es kann mit dem Schlafpuller und dem Falter reiben zu einem Boost ansetzen aber es ist wirklich schwer damit was zu reißen dann würde ich sagen komme ich noch zu den Schwächen er hat eine große Anzahl von Immunitäten fällt auf insgesamt sind 1 2 3 6 7 8 9 10 12 Immunitäten 12 Pokémon ist eine Menge Schwächen hat er bloß gegenüber Elektro minimal eine Immunität zwei Schwächen ist aber nüber weg zu sehen weil das echt nicht so dramatisch wird vielleicht noch minimal Gestein aber da kann man auch drum rum spielen je nachdem ob er Vivillon mitnimmt oder nicht meine Meinung zu dem Team extrem eine extreme Kurve zwischen Style und Twihard was mir persönlich gefällt weil es dann ein schönes Mittelmaß ergibt und einige Pokémon vielleicht glänzen können die man sonst nicht so sieht ich würde sagen wir gehen dann aber auch gleich schon weiter zum Kandidaten Nummer 6 dem finalen für dieses Video und da sind wir beim letzten Teilnehmer für dieses Video Ufrea freundlich genannt Fuffi von mir Fuffi hat mitgenommen Pixi Dodri Zapdos Valdorfisch Ambi Diffel Tangolos Megatohaido Donfang Flampivian Clickdi Klack und Elabra zu diesen Pixen zu sagen dass es sehr sehr gute Pixen sind und von den Stats her insgesamt hat er 506 Total Game Stats das ist gut das ist sehr gut also besser als die davor halt und wer dachte dass Cerberst und ich eine starke Offensive haben sollte sich mal die Punkte von Ufrea angucken 101 Base Punkte in der physischen Seite das ist verdammt nochmal sehr viel ich weiß nicht also an sich ist es gut und schlecht zugleich einerseits ist es schwer was rein zu wechseln andererseits wenn man ein physisch defensives Mon hat was sehr sehr stark ist ist es auch schwierig denke ich mal für ihn gegen so ein Team dann anzuspielen eines der wenigen Megas hat sich ist ein Zahnstocher der kann sehr sehr wehtun bricht aber auch ganz leicht Dodri als kleiner süßer Vogel der sehr sehr stark ist mit dem Abschlag kann er gut austeilen Sturzflug Rückkehr Flampivion bei mir benutzt in Season 2 ich kam damals nicht so gut mit dem Vieh klar aber es kann sehr stark austeilen Donfun als Spinner und Setupper was das Feld angeht Subdos mit Auflockern möglicherweise ansonsten mit der neuen Fähigkeit Statik gut man kann es natürlich auch defensiv spielen klick die klack muss einmal set up bevor es richtig loslegen kann aber wenn es das getan hat muss man es auch erst mal aufhalten mit dem Klick Diskus hat nicht die 100% Treffer Chance heißt es könnte auch mal ab und zu einen Hex Kampf werden Ambi Diffel mit dem stärksten Mogel Heap im Spiel mit der Normal Tafel ein wunderschönes Baldaufisch sein Signature Mon kann man variabel spielen hat gute Stats defensiv man kann es physisch spielen meinetwegen mit Leben Orb oder Band mit dem Bedroher kriegt es nicht ganz so fetten Damage ist ordentlich Tangulus hat bombastische werte 100% in der physischen seite und 100% in der speziellen angreiferseite 410% sogar in der speziellen angreiferseite ist super kann super austeilen mit belebekraft kann man es auch defensiv spielen sollte einiges regeln Skalabra Standardmon spezielle Wucht mit dem fähigkeit feuerfänger kann es feuerattacken abwehren und dann haben wir noch die kleine süße fee die ganz schön gräbsig werden kann wenn es dazu kommt dass es zu einem gedankengut ansetzen kann muss man auch erstmal wieder dran vorbeikommen zu Frouffreers Team ist noch zu sagen dass es eine gute Böschenabdeckung hat er hat genauso wie Moritz eine Menge an Immunitäten gesagt sei dass seine Schwächen ein bisschen Schwächenabdeckung ein bisschen schlechter ist als die von Moritz er hat Schwächen gegenüber des Typs Flug und Gestein sogar relativ deutlich mit jeweils zwei Punkten dafür starke Resistenzen gegenüber Käfer Stahl Gras und Fee was in dieser Gen wahrscheinlich sogar relativ gut ist da so eine Pokémon wie Kapobulu also Kapotoro da nicht so ganz leicht durchkommen mehr ja ich würde sagen das war es dann auch schon mit diesem Video ich hoffe es hat euch gefallen soweit Platz 5 bis 1 dann in einem anderen Video mich würde es freuen wenn ihr dem Video eine positive Bewertung da lasst denn es hat eine Menge Arbeit gekostet diese ganzen Tabellen zu erstellen wünsche ich